Heute sind wir zu Gast in der Motorbau in Stuttgart. Hier gibt es jedes Mal wieder wunderbare Ultima zu sehen und natürlich auch zu kaufen. Unter anderem hat hier Arthur Bechtel seine Verkaufsräume. Die Firma Bechtel setzt sich zu den alteingesessenen Experten in der Ultima-Branche. Gerade erst kürzlich haben wir auf belmott.de ein Interview mit Tim Bechtel, dem Sohn von Arthur Bechtel, veröffentlicht. Wir haben diesmal hier in Stuttgart einen Workshop zum Thema Lackpflege und Lackaufbereitung besucht. Die Firma CT Pro hat sich mit der Marke Globo Autokosmetik zum Thema Reinigung, Schutz und Pflege von klassischen Fahrzeugen und hochwertigen Sportwagen verschrieben. So verwundert es wenig, dass uns der Workshop heute direkt in die Motorworld hier nach Böblingen führt. Die Globo Autokosmetik steht heute im Mittelpunkt und damit auch ein kleiner roter 2 Liter Alpha Spider von 1988, der als Anschauungsobjekt, als Testobjekt dienen soll. Doch so weit sind wir noch gar nicht. Nach der Begrüßung der Teilnehmer geht es natürlich nicht gleich an die Poliermaschine. Zunächst gibt es entsprechende Theorie für alle Teilnehmer. Dass die Theorie nicht immer grau sein muss, zeigt dieser Vortrag. Anhand von diversen Fotos und Grafiken wird dem Teilnehmer die Funktion des Lackes und auch dessen Aufbau erklärt und gezeigt. Auf einen mehrstufigen Lackaufbau von Grundierungen und gegebenenfalls auch Filler kommt der Decklack. Bei modernen Fahrzeugen, in der Regel generell mit einem Klarlack geschützt, bei unseren Klassikern, die vor 30 Jahren oder noch früher auf den Markt kamen, war das natürlich höchstens bei Metallic, aber nicht bei den Unilacken der Fall. Ob ein Outhammer nach einer Nachlackierung einschützenden Klarlack erhalten oder nicht, das lässt sich recht schnell und einfach herausfinden. An der Deckungstelle können wir testen, ob es der Lappen verfärbt in Wagenfarbe. Wenn der Lappen sich bei der Politur verfärbt, ist davon auszugehen, dass kein Klarlack verwendet wurde. Bei Fahrzeugen mit Baujahren deutlich nach 2000 ist mittlerweile davon auszugehen, dass ein Großteil auch der Uni, also der Nichtmetallklacken, mit Klarlack geschützt sind. Es gibt sogar auch, soweit das Hersteller zu hergehen, auch Dreischichtblackierungen anzubieten. Warum das so wichtig ist, auch das wird natürlich direkt erläutert. Bei jeder klassischen Politur wird ein Teil der Erklärung abgetragen. Stellt man sich eine alte, verwitterte Lackierung unter dem Mikroskop vor, würde das ungefähr genauso aussehen wie die Alpen. Berge, Täler, Krater und Tiefschluchten, die von Bergspitzen zerbrochen werden. Die Aufgabe der Politur ist es nun, die Spitzen abzutragen, also das ist ein abrasives Verfahren, um natürlich eine möglichst glatte Oberfläche zu erhalten. Erst anschließend geht es darum, den Lack zu versiegeln mit Wachs, das heißt die Poren und die verbleibenden Teller soweit aufzufüllen, dass der Lack seine schützende Wirkung voll entfalten kann und gleichzeitig auch einen schönen und brillanten Glanz aufweist. Im Umkehrschluss, eine Politur, die gleichzeitig konserviert oder eine Konservierung mit einem Polituranteil, ist beim matten Lack immer die zweite Wahl, weil sie zwei Arbeitsgänge in einem ausführt. Deswegen hat das auch mal auf dem Kofferraumdeckel des roten Alphas hier demonstriert, warum eine Aufbereitung nicht gleich eine Aufbereitung ist. Bei vielen Sonderangeboten nach dem Motto, wir bringen ihr Auto für 79 Euro auf Hochglanz, wir hätten nämlich in silikonhaltigen Versiegelungen gearbeitet. Das sieht auf den ersten Blick toll aus, hält aber oft nur bis zur ersten Waschstraße. Auch wenn wir unsere Oldtimer natürlich nicht durch die Waschstraße jagen, die erste Wahl ist das definitiv nicht. Voraussetzungen, wie bei dem roten Alpha, der bei unserem Beispiel hier noch größtenteils im Originallack erhalten ist, ist ganz wichtig, wir müssen zuvor eine Schichtdickenmessung durchführen. Nur wenn genügend Lackschicht noch vorhanden ist, ist gewährleistet, dass der Lack nicht durchpoliert wird. Originale Lackschichten liegen je nach Kausibeiteil und Hersteller zwischen 80 und 120 mm. Das ist immer nicht die Schicht des Decklacks, den wir oben drauf sehen, sondern der gesamte Aufbau, bis auf das Metall und der Behinderung. Daher auch die Schichten wie Grundierung und Füller, also der Decklack ist natürlich viel dünner. Und gerade bei Kanten, bei Ecken und Kanten ist die Gefahr riesengroß, dass bis auf die Grundierung geschliffen wird. Stellen wir uns mal gut im Erstlack vor, in welchem perfekten Erhaltungszustand, da kann eine falsch angesetzte Poliermaschine Schaden im fünfstelligen Bereich einrichten. Und da gilt besonders hier, lieber dem Profi vertrauen, als selber machen, bevor die Grundierung des Lacks durchkommt oder vielleicht auch die Grundierung angeschliffen wurde. Was durch die Poletur erreicht wird, ist, dass der Lack bereits ohne Wachse glänzt. Das heißt, mit einer mehrstufigen Poletur kann ich bei insbesondere Lacksubstanz bei jedem einzelnen Schritt ein noch besseres Ergebnis präsentieren. Wer jetzt also Lust bekommen hat und sich für das Thema Aufbereitung von Lack oder auch dem Innenraum, wie wir hier sehen können, interessiert... Und das Ganze zum Beispiel in einem Workshop an seinem eigenen Fahrzeug ausprobieren möchte, der erfährt mehr unter www.belmott.de oder auch unter globo-autocosmetik.com. Viel Erfolg! Damit verabschieden wir uns aus der Motorworld, sagen danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.